wir sind hier in den westlichen pestländern wir müssen noch einen turm markieren und zwar den hier okay haben wir fertig so dabei ja ich schon hier sind und hier ist auch fast alles frei der einer hat uns mal wieder gesehen reiten wir jetzt rüber zum feld und geben die eine quest ab 57 ich will darüber kommen wir von hinten er hat gesagt er kommt von hinten ja habe ich gesagt das war auch schon ganz schön betrieb hier meine herren ich habe gedacht hier würde ich vielleicht einfacher hinkommen egal so freikämpfen wir müssen einmal hier ins haus nach oben ich muss näher ran dieser zauber ist noch nicht bereit er hat das mit den abklingen zeigt so einmal kurz regeln vor der tür steht einer wieder noch eine ich glaube das hier wäre dann der nächste ja kriegen wir ohne probleme hin wir waren ja schon mal drin ja hier muss ich zuerst akane geschossen machen weil für für feuer schlag ist am immer zu weit weg so schaffe ich so rein ich will nicht ich bin nicht dass mich hier sind ja mops drin wir sind ja mops drin ja wie wir das letzte mal hier war man keine mops drin das ist die dritte folge die ich heute aufnehmen das ist die dritte folge wo ich sterbe das hat man auch noch nicht glaube ich zumindest ich habe gedacht das haus wäre leer weil wir waren jetzt zweimal da drin gewesen und nicht einmal war irgendein zombie skelett oder sonst was da drin muss man mein mikro etwas anders machen so also heute ist der wurm drin heute ist hier wirklich der wurm drin naja wenigstens haben wir schon eine quest fertig ist doch schön oder so herum ist kürzer ein plumpes klo gegen skelette aufs klo und wenn ja und wenn ja was kommt da raus mini knöcheln schien bei den zombies will ich gar nicht wissen was da rauskommt ist ja teilweise schon schlimm genug was bei denen rauskommt wenn man so gilt ja da geht denen mal helfen so wenn ich mich jetzt hier wieder belebe greift mich keiner an sehr schön eine quest können wir jetzt hier abgeben ich würde zuerst den hier oben killen ich würde jetzt zuerst den hier oben killen dass der halt nicht zwischendurch nerven so bitteschön beenden zwei hälften vereinen sucht auf dem teufelssteinfeld in den westlichen pestländern nach der anderen hälfte des glücksbringers und setzt ihn wieder zusammen ja 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 ich glaube ich weiß was wir da machen müssen er hat widerstanden die drecksau ich habe gedacht wir werden immer noch infall und zwar läuft hier auf dem teufelssteinfeld entweder ein zombie oder ein skelett rum das einen namen hat und den müssen wir jetzt glaube ich killen das bedeutet wir müssen zuerst hier raus den kennen wir auch weil ich glaube wir müssen eben da hier rein da draußen sabanagul ja wir müssen gucken wo der ist sabanagul das gletschender ich würde den jetzt erstmal hier her holen weil der greift uns eh an wenn wir rauskommen so dann muss der noch sterben erst kurz regeln und der muss sterben so skelettschen da zauberhexer da hinten ist auch ein zauberhexer wer braucht hilfe wer braucht hilfe habt ihr das gehört das ist zu weit entfernt da ist ja noch einer hey komm her noch mal nicht hier noch mal sterbe ich hier nicht so schnell weg und dann raus hat hat eben oben die genies steinfeld hilfe geschrieben ich will jetzt auch mal gucken es könnte sein dass der geist genau das sucht okay john 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 feldstone heißt er dann okay da 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 nein 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 plappern der cool der müsste das sein der plappern cool ist glaube ich der john jetzt läuft der drecksack weg gibt es auch nicht ich würde jetzt den hier zuerst killen ich würde jetzt den hier zuerst killen und dann könnten wir ohne probleme durchkommen ja den müssen wir wahrscheinlich auch kennen oder auch nicht wir recken einmal kurz ja ich warte bis er wieder in die richtung läuft der müsste ja auch gleich wieder verschwinden aber ich glaube das ist der plappern gut ich will mich will der mich jetzt verarschen kill ich halte das ding so mein freund komm her wieder standen ja merkt man auch schon dass etwas schwerer zu killen ist andere glücksbringer seite so füge die beiden hälften zusammen und jetzt wieder abgeben okay wir müssen wieder ins haus wir müssen wieder ins haus der ist schon wieder da drecksack ich muss einmal kurz hier das ist wieder da nein leck mich doch arschloch leck mich am arsch kann doch nicht sein ich habe kein mana mehr heiltrank gott sei dank ich muss hier nochmal festfrieren kommen festfrieren ja ich komme ja gleich so leute hätte ich stehen hätte ich diesen scheiß das heiltrank nicht gekriegt und habe hier bei dem hier hätte ich den nicht gekriegt wäre es vorbei gewesen so tag die lenkt mich so genies bitteschön weiter beenden der ist jetzt auch wieder da der sieht mich aber nicht hier der ist wieder da der ist wieder da also einmal hier sagt das nicht einfach in blinzeln bitte da legt euch hier drüben scharlach roten kreuzzug an nicht dass wir hier aus versehen eine spinne laufen da kommen ich bin aus dem kampf alter sind die mir bis hierher gefolgt so jetzt zurück zurück glück die meisten von euch werden es gar nicht mehr kennen die wochenschau kam damals auf das hat eins ich glaube es hat eins gut gut dann einmal zum chillbind lager zurück ja das hat jetzt etwas länger gedauert als ich gehofft hatte und morgen werden wir einmal probieren hier bei gar uns trauer fällt die flasche zu füllen entschuldigung habe gerade ein bisschen schluck auf sollten die mobs ich glaube die waren 58 wenn die wirklich 58 sind haben wir keine chance dann bringt das nix dann gehen wir nämlich direkt weiter in die westlichen pestländer in die östlichen pestländer und machen damit quest weiter gut dann sage ich mal bis morgen